Und da sind wir auch schon wieder, meine Freunde. So schnell geht das. Ich meine, für euch geht es natürlich sehr schnell, weil ihr merkt den Unterschied nicht, aber auf mir... Jo, also das werden dann doch ein bisschen mehr als drei weitere Parts, die ich nicht haben wollte. Naja, aber so, scheiße. Aber immer noch habe ich keine Ahnung, das Problem ist einfach die... Die Dings, die Aufnahme des Spiels, der Ton ist einfach viel zu laut. Ich meine, ich kann ihn runter regeln, aber die Aufnahmequalität des Sounds selber ist dann trotzdem immer noch sehr heftig. Wow, vier, das ist heftig. Vielleicht muss ich einfach den Ton vom... Also ich meine, seht ihr das eigentlich, wenn ich das leiser drehe? Nein, also wenn ich auf dem Fernseher leiser drehe, dann seht ihr das nicht. Das heißt, der Fernseher selber dürfe anscheinend nicht dann schuld sein. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, okay, dann machen wir nochmal weiter. Uh, wieder drei. Jetzt habe ich es aber drauf, ey. Ich kontrolliere immer so oft die ganzen Sachen. Okay. Okay, hier. Never. No, 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 no. No, señor. Du musst du mich an. Okay. Okay. Okay, 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 go, 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 go. Oh, da. Das wird jetzt ein bisschen nervig, finde ich. Ich weiß nicht, oder wie auch immer du heißt. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Upsi. Hahahaha. Boah, jetzt habe ich 24 dieser Feuerzombies killen. Das ist ja nervig. Ich weiß nicht, oder wie auch immer du heißt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wahh, ich weiß nicht. doch sehr nervig oh Gott Gutsi es bringt okay habe ich verloren das ist ganz schön nervig wenn man die nicht wirklich gut töten kann so schnell schnell das ist das Problem ich probiere mal eine andere Taktik ich probiere die Pompons 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 hieß vielleicht doch ein bisschen okay das scheint doch ganz gut zu helfen so macht und dann Pompons Pisp Das ist ein Wettbewerb. Ok. No, no, no. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Oh, das ist ein Wettbewerb. Nein! Ah Gott. Ah Gott. und und ery mitお願いします Ja Halt's Maul ich kapier es schon. Es ist Anstrengend Man ist das nervig, dieses Deppertit Ding. Okay, das heißt, ich werde ein bisschen länger dran sitzen. Oh, ich warte, ich probiere mal was. Man kann ja denen auch die Beine abhacken. Dann kriechen sie ja. Ich hacke denen einfach alle die Beine ab. Das klingt jetzt so falsch. Ich meine, das ist einfach nur lustig, das Spiel irgendwie. Okay, da kann ich. Oh, vielleicht kann ich das so machen. Baaaaaa, der. Fui! Okay, passt schon, Juliette. Bäh, ne? Wauw, 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 wauw. Was klingt jetzt, also wauw. Da kann ich nicht... Nööö Okay, ich weiß, dass ich euch da. Ich weiß nicht, dass ich das machen kann, diesen Tritt. Ah, es ist Marl, bitte, dass es auf die Aero-Tipp geht. Ja, ich weiß, du hast mich lieb, passt schon. Es ist doch verdammt nervig, weil sie verdammt langsam angreifen. Und das ist das, was mich ein bisschen nervt, ja. Und wenn sie nur so einzeln kommen? Neue ich einfach normal drauf. Halt mal, Junge. Hat sie gesagt, er hat mein Freund auf Facebook gekommen? Ja, du wirst mich niller. Fuck it. Fuck, Ehoo, ist das nervig. Nein! Das wird wieder nichts, dass ich hier zu kommen. Äh. Ah, ich will halt nochmal, ich hinten. Oh. 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 Was ist das? Oh, das ist der letzte, Gott sei Dank, weil ich verdammt still, weil ich nicht geschaffen wollte. Ah, komm schon. So, geschafft, Dankeschön. Boah, war das nervig. Und ich bin, glaube ich, noch rechtzeitig, keine Ahnung. Ja, okay, jetzt muss ich flüchten. Okay, uh, oh, lauf. Schnell. Okay, pass mal. Yeah, sehr schön. Kaboom, kaboom, jetzt ist das erste Explodiv. So habe ich es denn dann eigentlich aufgesichert. Das war ja voll scheiße. Oh, mein Lehrer. Hm, das geht sich jetzt noch aus. Ja, ich weiß, das Mann. Sie wollen mit uns schlauern. Er ist derjenige, der zu öffnen, zwischen hier und Rotten Road zu öffnen. Ich muss ihn aufhören. Oh, Mann. Es gibt nichts mehr hysterisches für mich als zu sehen, dass dieses Welt zu verhören. Dieses Welt, dieses Regierung, diese Gesellschaft hat meine Leben in Höhe. Well, now everyone is going to know, where I fell. For forever. Freakiger Kopfbastard. Na, da werden aber die Klischees aber rausgeschmissen. What? You didn't have time to clean out your locker, Juliet? Hey, leave her alone. Wait till I get my hands on you, dude. Uh, uh, I mean, uh. Genau. Könntet knapp werden mit der Aufnahme. Ich hab noch mal 30 Sekunden. Hm, schau mal mal. Wenn nicht, wir sehen uns gleich im nächsten Part wieder, meine Freunde. Und schon, wie liegt denn die Brüste? Ja, wir sind...